Wir sind doch wieder gegen ne Giga-Premate hier, mein Gott! Immer diese toxischen Premates. Ist das Schlimmste, die haben Tank und alles! Ray on fire! James Dean! Was ist denn das für ein Lappenteam da drüben, Alter? Wir gehen die maden, oder was? Tank und alles haben die, mein Gott! Guck mal, der Juggernaut ist gleich schon tot, weil der Tank kein Guard Switch da drüben, ey. Oh, Mann! Er ist doch voll live, Mann! Oh, Nuffi hier, Alter! Nuffi! Oh, jetzt hat er Guard geswitcht. Ja, ich glaube, der Tank ist noch neu. Oh, schon wieder Guard geswitcht! Scheiße! Der Tank ist ein Profi, Mann! Nein, ich hab mich verklickt! Das macht nur die Nuste, ey! Stirb! Oh, der pusht mich. Das hab ich nicht wütend gemacht. Aber da... Der Typ stirbt da. Das ist mein Heiler. Uhhh! Da haben euch alle, was haltet ihr denn davon? Interrupt! Oh, oh! Oh, oh! 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 Oh, fuck! Dann echt schon wieder alle! Oh! Oh! Ah! Oh! 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 Alter, ihr hunden da? Boah, hast du 10 Birds gesehen, Alter? Ja, Hunde! Fucking Primates, man. Holy fuck. Hi, Ivano. Hi, Tibor. Was geht ab? Hm, okay. Plan B. Der Tank ist doch squishy, oder? Der spielt doch immer mit Damage Offend, habe ich gehört. Ja, das ist squishy. Ja, guck mal, wie squishy der Tank ist. Geh mal weg, Alter! Was mit dir zusammen, ja? Gegeneinander. Mit wem bist du? Ich bin Kiddo und Nephi. Und wir sind gegen eine übelst toxische Pre-Mate. Und 80 Leuten. Tank und Heiler und allem. Und ich kann nichts machen als Solo-Spieler. Oh mein Gott. Ich kann nichts machen als Solo-Spieler. Warte mal, Nephi ist geliebt. What? Oh no. Warum das dann? Divatio Gang ist schlag unterwegs. Ah, DC. Also DC. Nein, Unterstützung. DC, 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 DC. Tja, da müssen wir irgendwo hingehen, ne? Du schlag warst ja nicht unterwegs, oder? Ne, ne. Es lief ja eigentlich gut, bis hier unser Heiler die Seat hat. Free Win hier. Free Willy. Mann. Okay, da ist natürlich auch ein Schatten, der Deft. Kilo farmt wieder da vorne Damage, ne? Anstatt mir hier mal zu helfen. Ja, ich will ja nicht meckern, aber... Was für'n Hurensohn. Na komm, na komm. Oh, er hat verkackt. Na ja. Jetzt noch mal gewonnen, das Game, oder? Jetzt noch mal gewonnen, oder? Du hast verkackt. Ne, ich hab hier schon wieder... Was hast du noch einen Blumen? Was hast du noch einen Blumen? Die haben noch einen Tank der Deft, Alter. Wir hätten das Game gewinnen können jetzt, Mann. Oh Mann. Man brüht abnehmen, Alter. Habe ich nen Bug? Na wo? Wo ist der? Huh. Du müsstest mal mit tappen. Komm, mach mal Aue da. Full Deft Tank. Geil. Tappen, 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 tappen! Tappen! Wir stun ihn. Nein! Äh. Hast du ein Glück, Alter, dass wir hier den Pimp haben, doch. Hast du ein Glück, Scampo! Jetzt haben wir gewonnen. Scampo, wo man das noch nicht falsch machen kann. Ne, die nehmen das ein. Drüben. Da nimmt keiner was ein. So. Erstmal hier, Kino, Sepp. Nein, 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 nein! Oh, das gibt's doch wohl nicht. Wer ist er denn, Alter? Wer ist er? Es ist Objective Ivano im Haus, Junge. Oh. Wir sind alle hier. Ich hab' nicht gewonnen gehabt. Ohne Witz. Da war doch keine Absicht. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Oh. Ihr braucht mehr Tanks da drüben, Junge. Mehr Tanks. Ihr habt zwei reichen nicht, ne? Mehr Tanks, bitte. Ich hab' den schon im Korn gehabt, ne? Ich wollte nur noch... Ja, ja. Ich hab's genau gesehen. Er ist an der Kante hängen geblieben und dann... Oh! Oh! Und den gleich auch noch. Ich hab' den richtig dicken Fisch an der Angel gerade. Was? Das ist ein Moron. Was? Moron, Moron? Was? Das ist aber nicht beleidigen werden hier. Moron. 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 Wo gehen wir mit? Oh oh. Lass mich mal. Nicht hauen. Aga, aga. Das war'n Fehler. Ich hab' alle gefordert, Aga. Ich hab' den Schatten-Ding. Du könnt' ja tappen, ne? Ich bin damit der eine. Hast du'n alleine? Ich glaub' gar nicht. Solang' kein Ding kommt, kein... Ab... Ab... Der macht ja gar nix, der Typ. Warum macht er denn nix? Hier, komm' hier. Dann. Oh ja, jetzt hat er seine Deaths. Clear. Clear. Alles clear. Kann nicht sein. Ich hab' nicht geprinnt. Nein, clear. Clearrrr. 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 Nicht krack wie bei der Kack-Auswerbung, sondern clearrrr. Heilung! Gott! Scheiße. Also, Ivano, kannst du reporten, weil der morpht hier durch die Gegend. Wirklich? Ich morphe durch die Gegend? Junge, was? Ich bin im Resport. Wie soll ich denn... Was heißt denn hier morphen? Ich hab' gleich ein Ticket auf zur Überprüfung. Ja. Das wär' ich ganz genau wissen jetzt. 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 Okay, dann geh' ich Mitte. Der Death ist doch bestimmt da irgendein Lappenasser, oder? Ja, richtig. Ach ne, lass' mal. Lass' mal. Ich geh' wieder außen. Ich geh' wieder außen. Chill mal, chill. Okay. Just chilling. Wir können ERP machen, aber... ERP? Nee. Nee, nee. Er tapped. Oh, schöner Interrupt. Ich hab' Death Cooldons. Ich hab' Death Cooldons. Oh, Mann. Oh, Mann. Kira's been defeated. Oh, oh. Oh, oh. Ach komm, mit deinem Heartstanz, Junge. Morphing, morphing, morphing. Oh, mein Gott. Hier. Ähm, weg ist er. Mein Gott. Jetzt wird's eng. Mitte zwei. Jetzt wird's eng. Ich bin unterwegs. Was? Ich dachte, ich geh' doch gerade. Tapp das, du Lappen, Junge. Was macht der? Rollmobs. Nee. Remkommando. Remkommando. DPS. Hast der? Was? Das ist ein ganz normaler Name. Das ist ein ganz normaler Name. Ganz normaler Name. Warum seid ihr denn jetzt alle hier? Ihr habt doch außen noch gar nicht. Also wirklich. Mein Gott. Wir haben halt auch zwei Kacktratzen. Hier hat ja keiner umgeholt. Er weiß ja vorhin, äh, drüben, äh, sinnlos da jetzt wie noch innen gegangen sind. Den Punkt nicht gekriegt haben und dann haben wir unseren verloren. Achso. Das ist halt. Wir haben auch wieder zwei Kacktratzen dabei, die es halt dann probiert haben und wieder versagt haben. Ja, jetzt lass doch. Seid auch immer nicht so zu Kaythic und, äh, und Beppo. Die haben lange nicht mehr gespielt. Ha, ha, ha. Alles gut. Ha, ha, ha. Man kann schon mal verlieren. Ha, 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 ha. 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 Ha, ha. Ha, ha, ha. Sagen zumindest alle immer. Ivano kann nur in der 6-Mann-Premate gewinnen. Ha, 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 ha. So klingen die Leute, die kommentieren. Chilled. Madpack. Ha, ha. Noch ein Burst. Oh, schöner Guard. Ha, ha. Ha, ha. Granate. Ich nicht. Ich weiß, wer die hergestellt hat. Alles zurück. Rap. Ich weiß, wer die hergestellt hat. Was? Siehe sei. Kletor. Ich weiß, wer sie hergestellt hat. So. Ah, nochmal alle töten hier. Komm. Geht noch. Geht noch. Ah. Ja, auch noch. Let's go, Team. Da soll mal einer sagen, dass hier 8 Solo-Player... Na gut, mit einer 3-Mann-Premate nicht gewinnen können, ne? Hätte da einen Tank dabei. Eigentlich zwei Heiler sind aber auch. Ich mach doch noch Spaß. Ich mach doch noch Spaß. Ja, ich mach doch noch einen Punkt, genau. Ich habe den Punkt, das ist nur noch ein Punkt. Die Kiemann-Premate ein Punkt, von der Kieferfolio, wenn es noch ein Punkt gibt. Untertitelung des ZDF, 2020